Ja, die hat nicht unrecht. Der Wald ist einfach einmal überflutet. Jetzt weisst ihr wieso ich den Trank genommen habe. Wahrscheinlich hat der Wassertrachi hier etwas damit zu tun. Achja, und mit der Kanone ist es sogar noch möglich. Weil das habe ich mir sogar noch Notizen darüber gemacht, denn mit der Kanone... Also ich glaube, dass wir das hier gelöst haben. Könnt ihr dann auch zu jedem Minispiel hinschleudern lassen, das es gibt. Das ist dann sozusagen eine Abkürzung für jedes Minigame. Aber das ist dann auch nur so lange verfügbar, bis zu einem bestimmten Storyfortschritt ab dann nicht mehr. Also wenn ihr noch irgendein Minispiel habt, das ihr unbedingt machen müsstet, dann könnt ihr die Kanone noch verwenden. Ansonsten lasst die so, wie sie ist. Oh, du bist doch... Ach ja, ich hatte dich gar nicht nach deinem Namen gefragt. So, Chaos also. Komischer Name. Wie auch immer, was kann ich für dich tun? Der Wald. Hast du gesehen, was passiert ist? Aus dem grossen Baum hinter mir kam plötzlich Wasser geschossen und im Nu war der ganze Wald überschwemmt. Ich weiss nicht, warum das passiert ist, aber so werden mich vielleicht wenigstens die ganzen Monster los. Hm, der Baum. Ja, und den Trank setze ich dann gleich ein, denn es gibt noch eine Zusatzaufgabe, aber für den einen Durchtaucher brauche ich denn jetzt noch nicht. Denn für das reicht es ja wohl normal auch. Das heisst, aus diesem Baum ist also das Wasser herausgeströmt und wird mir dort wohl auch die Ursache finden. Und am besten ohne, dass wir eine dieser Bomben mitnehmen. Sonst müssen wir sie abschütteln. Der ganze Wald steht unter Wasser. Hm, das habe ich gemerkt. Wer sind jetzt hier die Wasserkreaturen? Die Vorfahren der Zor, also die Ungäuer schwebten aus dem Wald. Ja, dann ist ja gut, wenn sie das schon mal tun. Der Wald ist hier beschwemmt. Vorsicht, Vorsicht, die Strömung ist hier zu stark. Nimm besser den oberen Ausgang. Dann kann ich mir mit Sicherheit vorstellen, wer das gemacht hat. Es kann ja nur einer gewesen sein. So, wo bist du? Wer wagt es, diese heiligeste Tonnerlaubnis zu betreten? Aber bist du nicht das Menschenkind, das mir zuvor geholfen hat? Chaos? Lass dich ansehen. Du bist gewachsen, seit wir uns zuletzt begegneten. Nun bist du fast ein Mann und das Schwert auf deinen Brücken. Ich sehe es. Du bist tatsächlich der Auserwählte der Göttin. Du begehrst, was die Göttin mir anvertraute, eine Stimme des Heldenlieds. Bist du deswegen gekommen? Ich verstehe dein Begehr, doch so einfach sollst du es nicht haben. Dir steht eine weitere Prüfung bevor. Gerade eben habe ich den gesamten Wald überschwemmt, um ihn von den Kreaturen des Bösen zu reinigen. In diesem überfluteten Wald sollte eine Prüfung nun stattfinden. Bestehst du diese Prüfung, so sollst du meine Stimme des Heldenlieds als Belohnung erhalten. Die Stimme, die du suchst, wurde aufgeteilt in Melodien, die im Wasser schwimmen. Chaos, um die Stimme zu erhalten, musst du die Melodien im Wasser sammeln. Sammle sie und bring sie zu mir, wenn du fertig bist. Damit beweist du, dass du es des Heldenlieds wirklich bist. Ja, und das ist eben diese Aufgabe. Genau deswegen habe ich auch den Luftdrank jetzt geholt. Weil einige sind so tief unter Wasser. Da hätten wir auf jeden Fall auch einen Vorteil, wenn man auch unendlich Luft hat. Da können wir uns jetzt ganz um die... Jetzt habe ich die eine nicht erwischt, aber doch jetzt. Also können wir uns jetzt ganz in Ruhe um die Noten widmen. Ohne dass uns die Luft ausgeht. Ganz in Ruhe. Also für diese Mission ist der Luftdrank am allerbesten geeignet. Also hier könnt ihr ihn am besten verwenden. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt mal einmal zeigen. Und für die Mission ist das am besten. Und das nervige ist, wenn ihr auch nur eine dieser Töne zu lange ignoriert, dann setzen sie sich zurück. Aber nur die, die aneinander gekettet sind. Also zum Beispiel hätte ich jetzt von diesen vier Tönen eine zu lange nicht eingesammelt. Dann wäre sie zurück gesetzt und hätte sie noch mal sammeln dürfen. What the hell? Was habe ich denn da jetzt gerade eingesammelt? Auf jeden Fall war das jetzt gerade ein purer Zufall, dass ich die gerade erwischt habe. Naja, jetzt kann ich das auf jeden Fall sehr in Ruhe geniessen. So, dann hier. Wahrscheinlich habe ich sie alle mit der Wasserschraube erwischt. Wenn du diese Stachelbeiste explodierst, sei Vorsicht, damit dich die Explosion nicht auch erwischt. Weil ich glaube, ich muss da einen da noch reinschleudern. Weil da hinter dieser Wand safe noch eine Note ist. Vorausgesetzt, ich schaffe es auch mal. So, jetzt ist er gespawnt. Ja, da ist er. So, dann habe ich den. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen herausfordern. Jetzt gibt es schon ein paar Gegner hier. Vorsicht, Chaos. Wir sind ein paar bösartig aussehende Fische aufgetaucht. Wenn sie dich sehen, wird es gefährlich. Sei vorsichtig. Ja, die könnten ein bisschen behindern, aber wir haben da... Okay, wo ist die zweite? Ach, ich glaube, da drüben ist sie. Ja, das ist jetzt genau passiert. Weil ich zu langsam war. Aber jetzt habe ich sie doch noch erwischt. Wenn du Melodie in der Senf aber nicht schnell genug fängst, verschritten sie aus deinem Notenblatt. Hm, was habe ich? Merk. So, die kurz mitnehmen. Dann kann man sie gut einsammeln mit der Wasserschraube, wenn man sie verpasst hat. So, jetzt müssen wir weiterschauen. Okay, da sind welche. Gut positionieren und jetzt sammeln. Wow, das ist die längste. Wow. Also die ohne den Luftdrank zu holen, das ist dann eine lustige Aufgabe. Man hat auf jeden Fall viel Spass und derjenige, der so einen Luftdrank machen will. So, bald erwischt. Okay, das Herz will ich jetzt auch nicht verschmerzen da. Und weiter geht's. Ne, das ist nur ein Fisch. Die Melodien speichern Luft in ihrem Körper. Wenn du sie anfängst, fühlt sich dein Luftanzeig ein wenig. Ah ja, stimmt. Das habe ich auch noch vergessen. Die haben ja auch noch Luft in sich. Sonst wäre es ja auch zu schwierig. Oh nein. Wieder diese aggressiven Fische. Wir müssen fliehen. Zum Glück sind die Verständnis für sie unerreichbar. Das heisst, sehr tiefes Gewässer könnte ich gar nicht. Aber es ist nur ein bisschen schwierig noch herauszufinden. Wo sind noch welche? Ah, hier. Hey, Chaos. Hörst du mich? Mir ist etwas eingefahren. Kannst du kurz zu mir kommen? Ja, ich komme mal schnell. Also, ich fände gerade hier bei Zufall noch ein paar Noten. So, dich besiege ich mal kurz. Äh, was hast du herausgefunden? Gut, dich zu sehen, Chaos. Kommst du mit der Melodien voran? Weisst du, mir ist da etwas eingefallen. Ach, wie hieß es doch auch gleich? Dieser Trick da, mit dem du meine Gefährten gefunden hast, setz den doch wieder ein. Damit bist du sie doch einfacher finden können, oder? Ich vermute, dass er die Aurasuche meint. Und wieso bin ich deswegen nicht auf die Idee gekommen? Ach ja, weil ich dumm bin. Es ist ein kluge Vorschlag, Gebieter. Ich habe die Merkmale der Melodien bereits analysiert. Die Melodien können nun mit Aurasuche gefunden werden. Bedauerlicherweise funktioniert die Aurasuche ja doch nicht im Wasser. Ja, deshalb eben das Negative daran. Okay, dort hinten im Baum sind welche. Ah, ich sehe es. Bis jetzt hat die Frage... Ich glaube, jetzt muss ich das mit dem getimten Sprung machen. Oder? Oder von weit oben? Da muss ich jetzt schauen. Ja, da muss ich es von oben machen. So, da muss ich jetzt die Stelle setzen. Und dann gehe ich wieder hochkommen. Gut, dann komm mal her. Dann zeig die auch mal weg. Okay. Da wäre wenigstens das Problem hier gelöst. So wie es aussieht, haben sich doch noch ein paar Fockplinks gerettet. Gut, vonweilen hätte ich jetzt noch ein Monsterhorn kommen können. Aber es ist mir eigentlich Schnuppe. Ich habe ja schon genug Materialien. So, jetzt muss ich den Sprung so... Time, dass ich genau hier drauf lande. Dann ist diese Note frei. So, das ist die einzelne Note. Jetzt gehen wir noch mal kurz nach oben. Und dann schauen wir mal mit der Aura suchen, wo wir noch welche finden. Okay, da unten. Gut, bisschen Zeit haben wir noch. Okay, da muss ich ein bisschen umgehen. Weil eine unsichtbare Wand wieder alles verhindert. Ah, da sehe ich sie. In einer Runde. So, das hätten wir. So, dann fehlen, glaube ich, nur noch zwei Bündel an vier Noten. Und eine einzelne. Ja, jetzt wird es langsam... Zeit, kommen denn die unendliche Luftanzeige verschwindet. Aber wir haben es auch gut genutzt. Okay, da bei diesem Baum. Das ist wahrscheinlich unter dem Baum da. Also wenn man es geschickt anstellt, dann kann man es vielleicht sogar mit der gesamten Zeit ausnutzen. So, dann die. So, das hat mich geregelt. Und dann war da drüben irgendwo eine. Was ich mit Aura suchen nochmal aufgepasst habe. Hm. Hm. Okay, da drüben. Also wahrscheinlich dieser grosse Platz da drüben. Warte, ich sehe sie. Ich sehe sie. Da schwimmen sie. Ein vierer Bündel. Wenn ich es jetzt gut treffe, erwische ich sie alle. Bingo. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Zeit ich schon verwendet habe. Das weiss ich dann immer erst, wenn ich den Part zu Ende aufgenommen habe. Da drüben ist es also. Das könnte blöd werden. Irgendwo dort drüben. Jetzt ist es halt die Frage, ist es oberhalb oder unterhalb? Da muss ich jetzt nochmal schauen, wo genau. Erst gesetzt. Ich habe mal Bock. Hoch zu gehen. Okay, da unten alles. Da unten ist die letzte Note. Jetzt stellt sich nur noch die Grande Quiz Frage, wo. Bis jetzt sehe ich gerade keine. Hm. Ach, da habe ich noch ein vierer Bündel, ich bin gesehen. Okay, dann war es das vierer Bündel. Okay, sehr gut. Du hast alle mit Ordin gefangen. Und soll es besser schnell zum Master Drachen zurückkehren. Ja, das heisst, wir haben es endlich geschafft. Je nachdem, wie viel Zeit wir jetzt das alles eingebracht habe, kann ich das alles noch entweder in einem Part packen, oder es wird halt ein Zweiteiler. Wäre es sogar am liebsten, wenn ich das alles in einem Part packen kann, dann gibt es keine Verwirrungen. Damit können wir dann auf jeden Fall im nächsten Part, wenn ich es sogar wollte, könnte ich jetzt da noch diese Bündel haben und ein Sammeln. Aber, ich würde sagen, wir haben, ja mit 51 Stück haben wir so viel eingesammelt, da brauchen wir doch das nicht mehr. Das heisst, wir geben jetzt die Stimmen ab und dann offiziell ab und dann bringen wir noch die Pflanze an, den einen, und dann schauen wir mal, dass wir die Belohnung vom Morsego noch bekommen, die allerletzte. Du hast dich deiner Aufgabe wahrlich wörtlich erwiesen, Chaos. Ich werde dein Versprechen einlösen und dir die Stimme deren Hüterin ich bin beibringen. Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Du hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Nun denn, ich habe den Wald überflutet, um ihn von den Schergen des Bösen zu reinigen. Jetzt aber werde ich ihn in seine ursprüngliche Stahl zurückversetzen, das wird auch in deinem Sinne sein. Gehabt dich wohl, ich wünsche dir das Beste. Ja, jetzt sieht er schon mal wieder viel besser aus. Der Wasserstand im Wald von Fironi ist gesunken, jetzt befindet sich der Wald wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Sehr gut gebetet, du hast bereits zwei Stimmen des Heldenlieds erlernt. Besuche nun als letztes den Vulkan Eldin. Ja, und damit wird es dann im nächsten Part weitergehen mit Eldin. Aber jetzt die neue Pflanzenart. Wo muss ich hin? Aha, da rüber. Also. Dann ist er wahrscheinlich dort, wo ich denke, wo er ist. Und wenn ich schlau bin und ich habe die Abkürzung aufgemacht. Dann komme ich schnell dorthin. Und das wird voraussichtlich der allerletzte Transport sein. Da. Der Krog-Vorfahre. Den will er. Oh, du bist es mit den Kumbus' kleinen Schultern tun wir vom Verstecken. Äh, welche Schultern? So eine Frechheit, auch wenn Kumbus' Schultern nicht stark und kräftig sind, hat Kumbu trotzdem welche. Aber Kumbu ist schon ganz müde vom verständigen Verstecken. Das Leben hier ist viel zu gefährlich. Ja. Alle freuen sich darüber, dass der Wald friedlicher geworden ist. Aber Kumbu glaubt das irgendwie nicht. Muss Kumbu sich sein Leben lang immer nur verstecken? Ja. Kennst du irgendeinen Ort, an dem Kumbu leben kann, ohne sich immer verstecken zu müssen? Ja, da kenn ich einen. Das ist ja wunderbar. Nimm Kumbu mit. Sofort. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hierbei um eine Pflanze handelt, liegt nur bei 40%. Ich halte es jedoch für möglich, dass Ottos dieses Wesen als neue Pflanzenart anerkennt. Soll ich den Roboter rufen und es in den Molkenort bringen lassen? Ja. Sehr wohl Gebieter, ich werde den Roboter nun rufen. Wenn das wirklich der letzte Transport ist. Der nächste Flug geht dann ab zu der Müllhalde. Und da gehst du dann auch hin. Verehrter Fein, ihr habt mich gerufen. Diesen Knirch hier soll ich also wegbringen? Du bist mir weg, grüner Mist. Los, mach die Flieger ab. Tali, Tali. Erstanden. Ich warte dann oben auf euch. Bis später. Dann schlage ich vor, du gehst mal und bringst ihm diese Person. Ja, das hatte ich auch vor. Das glaubst du es wohl kam, aber ich hatte das wirklich vor. Für euch einen kurzen Katast. Weil das müsst ihr gleich nicht sehen. So, da sind wir jetzt auch wieder zurück. Vor der Ritterschule. Es wird Zeit, dass wir uns endlich die Pflanze bringen. Und sobald wir das getan haben und die letzten 5 Julen der Güte, kommt noch als letzte Amtshandlung noch Morsegos letztes Geschenk. Denn das sind die letzten 5 Julen der Güte. Mir geht gerade nur die eine Mück auf den Nerven, die immer vor dem Bildschirm fliegt. Die muss ich dann gleich vernichten. Die Lieferung ist da. Ein seltsamer kleiner Kiew. Bitte sehr. Ruft mich bitte, wenn ihr meine Hilfe benötigt, fährt der Fein. Oh, das. Was ist denn das? Das ist tatsächlich eine mir völlig unbekannte Pflanzenart. Aber was ist denn das? Ist das wirklich eine Pflanze? Oder doch ein Tier? Hm, das ist wohl eine der grössten Erdeckungen unserer Zeit. Oh, das ist grossartig. Es gibt also tatsächlich noch viele Pflanzen auf dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich würde für mich mit der Forscherdrang in mir wieder wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Chaos. Ich werde gut auf diese Pflanze achten. So, mir beschreibst du, falls du erneut eine seltene Pflanze finden solltest. Und somit haben wir die letzten fünf Juwelen der Güte. Finally! 80 Stück. So, es wird Zeit, dass wir jetzt noch die letzte Person glücklich machen. Und dann mache ich endlich für heute Schluss. Und dann fällt eigentlich wirklich nicht viel. Also wenn es gut geht für mich. Könnte ich das wahrscheinlich wirklich in einer allerletzten Session durchbringen. Wenn ich Pech habe, ist es dann doch wirklich noch zwei. Und als Nachfolgeprojekt habe ich da auch schon irgendwas überlegt. Und zwar, das ist ja eigentlich auch eher relevant, weil ich weiß ja nicht, ob man das Video zu sehen kriegt. Aber es kommt jetzt dann demnächst, wir haben jetzt gerade aktuell den, ich müsste jetzt lügen, den 12. September. Warte, ich schau jetzt gleich mal nach. Warte, ich schau jetzt gleich mal nach. Nein, es ist ja den 13. September. Weil es kommt dann Anfangs Oktober noch ein neues Metroid Game raus. Nämlich Metroid Dread. Denn ich denke, dass ich das dann als Nachfolgeprojekt hinnehmen werde. Aber wann es dann auf dem Kanal erscheinen wird, das ist dann noch Zukunftsthema. Denn ich werde das auch so handhaben wie mit Skyward Sword HD, dass ich es einfach erstmal komplett aufnehme und dann mal hochladde und veröffentliche, sobald die Zeit auch für mich reif genug ist. Du hast die gesamte Güte der Leute hier gesammelt und mir dargebracht. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich bin dir auf ewig verpflichtet. Dies ist mein letzter Geschenk an dich. Ich bitte dich, weise es nicht zurück. Du hast die Luxusgeldbörse erhalten. Diese enorme Geldbörse lässt selbst den reichsten Händler erblassen. In ihr kannst du bis zu 9000 Rubinen aufbewahren. Es ist nichts besonderes, aber ich hoffe, es wird dir auf deinen weiteren Weg nützlich sein. Oh, diese Menge an der Güte sollte ausreichen, um ein Mensch zu werden. Ich bin zu aufgeregt, ob es wohl wirklich funktioniert. Was? 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 Nun, Chaos, wie sehe ich aus? Muss nichts sagen. Ich kann das an deinem Gesicht ablesen. Er sieht gewöhnungsbedürftig aus. Ich habe mich so sehr verändert, dass dir die Worte fehlen, nicht wahr? Ich bin dir so dankbar, dass du so viel für mich getan hast. Von nun an werde ich versuchen, als Mensch glücklich mit den anderen zusammenzuleben. An deiner Frisur würde ich vielleicht noch arbeiten. Und vielleicht an deinem Gesicht auch. Aber umsonst passt alles, oder? Was sagt ihr, meine lieben Zuschauer? Wird er so als Mensch durchgehen? Wenn er seine Frisur und sein Gesicht noch ein bisschen bearbeitet? Das könnt ihr unten in den Kommentaren schreiben, ob er so als Mensch durchgehen würde oder nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, das war es dann für heute. Im nächsten Part geht es dann an den letzten Teil des Heldenliedes. Beziehungsweise an den dritten. Die vierte ist eigentlich der allerletzte, aber das ist dann von Arich und den will er uns dann erst beibringen, wenn man die anderen drei Teile hat. Das heisst, dann geht es dann ab nach Eldin. Aber das werde ich dann erst in einer nächsten Aufnahmesession machen, denn ich muss jetzt auch für heute Schluss machen. Das ist auch ein bisschen spät geworden. Aber so wie es aussieht, ist dann auch die nächste Aufnahmesession, die ich dann vor mir habe, wahrscheinlich auch meine letzte. Denn wir sind jetzt ziemlich weit gekommen. Also ich bin sehr stark davon überzeugt, dass es geht. Aber ich bin jetzt mal sehr stark zuversichtlich, dass es eine reichen würde. Dann würde es mich auch wieder freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Also bis dann und ciao!